Hi ihr Lieben, heute ist the next day. Wir sind heute auf einem kleinen Kinderbauernhof, wo man auch essen und trinken kann und du hast direkt auch was zum Spielen. Wir haben sowas ähnliches wie den Gerd Rudenhof gesucht und haben jetzt spontan mal geschaut. Nina, ich glaube auch geradeaus, oder? Ist das richtig? Hetkükelnest heißt das. Schaut mal, da ist schon ein Pferdchen. Grüß dich, tschüss. Der ist aber hübsch. Hallo hübsches Hündchen. Boah, ist aber viel los, ne Schatz? Aha, macht der. Was heißt das, Schatz? Lina, komm mal. Lina. Ich hab Angst, aber ich stresst. Oh, man sagt ja, ich schick es nicht. Wo ist das ein Schaf, Lina? Ja, warte. Lina, ich glaube, dem ist warm. Da, Lina, sind Ziegen. Ja. Ja, hier durch einfach. Guck mal, hier, Lina. Oh, da ist Bebek. Guck mal, da ist ein Baby. Da ist ein Kuschel. Noch frisch geschlüpft. So, wir haben hier jetzt Kaffecino geholt. Und ein Apfelkuchen, den die Pflicht gemacht haben. Mama, es war aber auch noch ein Muffin. Muffins haben die gerade in den Ofen geschmissen. Das dauert ein bisschen. Mama, darf ich mal Apfelkuchen probieren? Ja. Und die Kinder gehen jetzt auf den Wasser. Spätplatz. Spätplatz. Spätplatz, ja? Ja. Ganz hinten darfst du nicht. Ja, komm, dann schau' ich schon. Wir haben hier eine kleine Karte, die wir hier haben. Und guck mal, wie sind es hier so? Die schlafen, guck mal, zwei davon. Das sind Stachelschweine. Kommt raus. Nee, das sieht aus wie eine Ratte. Ich weiß nicht mehr, wo die guckst du. Und Mama, da sind Schweine. Das ist auch so schön. Oh nein, wir haben das zugemacht. Echt? Ja. Aber mein Kind wird schon so nass. Ja, guck mal, geht nicht. Na, ich weiß nicht mehr. Ich so thirds nicht mehr. Bis zum nächsten Mal. Oh, hey, guck mal, ich kann es gut hin. Oh, hey, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Oh, hey, guck mal, guck mal, guck mal. Oh, hey, guck mal, 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 guck mal. Ich will sie mit nach Hause nehmen, aber darf ich nicht. Mein Papa hat eine Katzenalabie. Nein. Okay. Okay, Papa lernt jetzt. Ready. Pfote, Pfote. Ja, bravo. Sehr gut. Hallo. Na, 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 na. Mach Sitz. Pfote. Deine Schwester geht ins Wasser. Kannst du es nehmen? Ich habe nichts mehr. Ja. 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 Es ist nicht so, es ist so, es ist so. Es ist so, es ist so, es ist so, es ist so, es ist so. Wir sind raus aus dem Bauernhof. Wir warten hier gerade im Auto. Teddy! 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 Gott! 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 ! Gott! Das ist nicht unbedingt! Gott! Vielleicht nicht das nicht! Du bist so! in Ordnung nicht. Oh, ich hab ein Schlamm. Was ist der denn? Zack. Pflanzig. Ich hab das. Ich hab die Nachdenke. Wir kennen die Nachdenke. Jetzt können wir uns auf dem Weg gestalten. Jetzt können wir uns auf die Schlammchen zum Beispiel auf das Schlammchen verknüpfen. Wir sehen uns auf das und auf die Schlammchen bis zum Beispiel auf den Schlammchen. Vielen Dank.